Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Leech of Legends. Ähm, ja. Magie, Fähigkeit, Stärke, Ring. Und dann das hier. Dann soll es auch schon gehen. Und dann nach unten. Letzte Folge war ja irgendwie abgekackt, weil meine Festplatte voll war und ich habe hier gerade voll die Frames-Einbrüche. Beziehungsweise es läuft hier gerade vollkommen uncool. Hm. Egal. Wird schon klappen. Ja. Ich habe mir immer noch nicht wirklich gemerkt, weil ich mir kaufen muss. Das ist vielleicht nicht gerade das Beste. Ich glaube, das war aber bei Fähr-Leben. Oder auch nicht. Ich glaube, Fähr-Magier-Resistenz. Nein. Lebens-Generation. Nein. Rüstung. Da. Genau. Das muss ich mir gleich kaufen. Ich habe es noch nicht so drauf mit Warwick, aber... naja, das wird schon. Hey. FPS ist wieder normal. Es läuft flüssig. Relativ. Yay. So kann es doch schon mal losgehen. Bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Nicht alles wird blut. So, den kriegen wir erstmal. Alter, wie kommt denn der auch mal hin? Blödup, 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 blödup. Und ich kümmere nach dem Top. Jetzt hängt es auf mit dem Schild. Das ist bei Rüstung. Okay, Schild ist Rüstung. Klar, Schild, Rüstung. Kann man ja gut verstehen. Das kann ich mir schon mal so merken. Erstmal schon mal Seiden töten. Da kommt Darius. Die Komitee will ich mich nicht unbedingt anlegen. Nee, nicht wirklich. Der scheint mir zu mächtig. Komm mal her, du Bitch. So, stirb, stirb. Ja, sehr schön. Die zwei sind unten. Gut, gut. Gibt mir nochmal ein bisschen Leben hier. Ich glaube, einer kommt hier gerade hoch. Das kann durchaus gut sein, dass einer hochkommen will. Oder die Genial-Täle einnehmen. Aber ich kaufe mir erstmal. Ja, kaufe ich mir erstmal. Mana brauche ich jetzt nicht wirklich, finde ich. Habe ich noch genug eigentlich. Und dann gehen wir wieder zu Darius zurück. Und zeigen dem, wo der Hammer hängt. Genau so sieht's aus. Und nicht anders. Komm her, Darius, Darius, Darius. Pussios. Bam. Bam, bam. Ja, ja. Komm du nur her. Pussy. Hörbe Pussy. Dann. Mal sehen, was der macht. Oh mein Gott. Ich hab doch extra SS geschwiegen. Wow. Fuck. Scheiße. Da war der weg. Nein. Mischt. Schade, schade. Da ist immer noch der Darius. Der Darius kam mir da immer noch rum. Komm her, du Bitch. Ich würde ihn schon gerne kriegen, aber... Der ist mir ein bisschen zu... Flight back und so. Darius, komm her. Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Alter. Fuck. Was denn Bob? Ach ja. Ich glaube, ich werde vielleicht abhauen. Wow. Ich wurde verlangsam. Wieso kann ich mein D eigentlich nicht einsetzen. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Alter. Wieso kann ich den nicht einsetzen? Fuck ey. Wieso kann ich den nicht einsetzen? Ach, das ist ja diese andere Scheiße. Ich dachte, ich war Heil... Oh. Scheinbar habe ich was Falsches ausgewählt. Ich wollte eigentlich Heil und auswählen. Verfluchte Scheiße. Ja, nicht gut. Und jetzt sind ja auch nur diese Scheiße ein. Aber nicht mit uns. Hat der zwar, aber... Aber den kriegen wir noch. Ich würde den kriegen wir noch. Komm schon ey. Ist der so schnell oder wat? Dein Arschloch. Egal, der nimmt einfach das Ding ein. Haben wir schön getauscht. Ist ja auch nicht schlecht. Na. Ja. Ja, genau. Da ist der Darius. Was soll denn hier? Da. Ist der jetzt auch noch tot. Da ist der andere Mongo. Der haut aber ab. Ist aufgeschüsselt. Ich gehe jetzt oben weiter. Lieber seinen töten. Also das, was ich am besten kann. Immer schön die Noobs külten. Oh, da kommt aber gerade ein Gegner. Gegner. Alter, ist der schnell. Was geht denn mit denen ab? Oh, jetzt sind das schon zu zweit. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Aua. Aua. Der tut mir weh. Aua. Ah. Das ist... Durchschnitt nicht so cool. Dass wir jetzt so zwei Top sind. Ja, ne? Ja, ne? Wir sind schon gay hier. Alter. Alter Schwede. Hier irgendwas drauf. Draufgeschüsselt. Einfach alles drauf. Immer schön drauf. Nicht gut perfekt für uns aus, muss ich sagen. Acht auf, geschissen. Der wird schon zurechtkommen. Ja, ja. Der wird schon zurechtkommen. Tag. Der wird sich tatsächlich jetzt noch mit mir anliegen. Was geht denn mit denen ab? Den hätten wir schon mal. So, na dann. Zeig mal, was du drauf hast, du kleiner Bitch. Darius. Oder zeigst du mir das auch nicht? Bei mir auch recht. Nein, oh mein Gott. Da kommt der andere. Fuck, fuck. Scheiße, Mann. Den hätte ich sehen müssen. Der war doch da oben. Ich dachte, das war einer von uns gewesen. Mann. Bullshit, ey. Kritische Treffer. Schaden. Angriffstempo. Da. Jetzt kommt das hier dran. Genau so sieht's aus. Hm, Alter, ich nehme. Ja, machen wir mal schnell. Oh. Den Spaß würde ich doch gerne töten. Oh, ey. Ist doch was noch besser. Alter, der Spaß ist so schnell, wa? Geht ja gar nicht... Ah, Mann. Diese Bobs hier, ey. Wie die mich manchmal aufregen. So. So. Komm schon, den kriege ich. Den will ich. Ja Wer ist hier der Pro? Schnell noch einnehmen, einnehmen Schneller, schneller, schneller So, sehr gut Wow Das war doch durchaus mal erfolgreich hier Das Ding kann ich mir aber immer noch nicht leisten Naja Machst du nix Pam Und weiter geht's Na, erstmal Leben heilen Und dann weiter geht's Ach, ich dachte, ah fuck Hab auch sehr falsch ausgewählt Das ist ja Weder beleben und nicht heilen Nicht Bob Ich habe gar nichts drauf Ich trottel Ich Noob Ich trottel Noob Übrigens steht bei meinem Tag sogar Noob Falls es euch interessiert Ich habe das natürlich Noob hingeschrieben Hör, hör, hör Fuck, fuck Gib ihn Gib ihn Fuck Scheiße, die Robots Zieh uns, juh, juh, juh Wow, wow Abhauen, abhauen Fuck Fuck Alter Äh, das hier Komm, ich bin weg Ich bin weg Und ich bin weg Deswegen kostet noch mal 700 Das ist ja schön Hm Hm Ah, dann mal los, wa Ich glaube, der ist weg Der ist weg Ich kümmere mich lieber um den richtigen Find hier Überseilen und so Was sind hier die richtigen Wabas Hm, da ist Darius What the hell Komm, ich kümmere mich um Darius Das packen mal Fuck Sehr schön Komm doch her, du Bob Komm doch her Das, du Eier Sausen Bumsi Kumsi Ne, ne, ne Ach, fuck Komm, lass mal hier mal rein Ein bisschen Leben Fauen ein bisschen ab Und jetzt greifen wir wieder an Komm her, du Bob Komm mal, dieser Pussis hier Tja, ja Da mache ich nix Wartet der gerade auf einen Kumpel Komm doch her, ey Hure Na komm, geh du den mal Da sind auch immer die zwei gekommen Fuck, 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 fuck Fuck, ich glaube ich hau lieber mal ab Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Mann Danach kaufe ich mir Hier Moment, komm, sie Das hier Ah, ja Wird schon passen Hm Hm Was macht denn hier unser Anu Oder wie der auch immer heißt Amumu Amumu Macht scheinbar gar nix Nicht sehr schön Der Amumu macht gar nix Haben die auch so'n AFK-Typ Ne, leider nicht Scheinbar ist unser Amumu AFK Ja, ja Nicht gerade die beste Voraussetzung, muss ich sagen Alter Was gammelt denn hier so viele rum Ja, ja Dann sagen wir mal ein bisschen Erfahrung und so'n Quatsch So Erfahrung und Gold Schadet nie Und so Ihr wisst schon Wo sind denn die Feinde Ja, eine Ahnung Ich weiß es nicht Da unten ist schon mal Darius Das ist ja schon mal sehr interessant Vielleicht gehe ich mal den Altai nehmen Das wäre durchaus mal nicht schlecht Darius kommt nach oben Wofür auch immer Vielleicht um mich aufzuhalten Tse Träum weiter Darius Träum weiter Oh fuck Zwei Das ist nicht gut Nicht gut Fuck ey Fuck Komm mal Darius hat schon 5, 7 1, 0 2, 3 5, 4 0, 1, 4, 3 Interessant Interessante Interessante Mix Hier Hm 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 Darius ist unten Unser Ding Würde der mitmachen Würden wir voll fett gewinnen Glaube ich Also nur wenn der kein Luke ist Also nicht übertrieben Schiedet Dann würden wir glaube ich noch gewinnen Dann würden wir glaube ich noch gewinnen Da ist der Darus Darius 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 Also nur noch zu mir du Bob Och maa Komm ey Alter der Darius war Ey Wir haben so kein Teamwork Das ist scheiße Ja komm Mach mal so 5, 5 Ja ist jetzt nicht am schlechtesten Aber Ist ja auch Relativ Egal Verloren Mach mal nix Ist halt so Ja Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Eurer Smile Alpeat